UNS Göttern droht der Verlust unserer Macht. Wir wähnten die Titanen für immer hinter Schloss und Riegel. Und jetzt brechen sie aus. Das bedeutet Chaos. Das Ende der Welt. Was erwartet ihr von mir? Perseus, ich brauche deine Hilfe. Das schaffen nur Götter, keine Menschen. Du wirst irgendwann lernen, dass du ein halber Mensch bist und mehr Macht hast als ein Gott. Das ist ein halber Mensch, das ist ein halber Mensch, das ist ein halber Mensch. Du schwitzt wie ein Mensch. Als nächstes kommen Tränen. Willkommen.